Musik Elia, wo willst du hin? Ich will zu Ernesto. Aber der hat Lungenentzündung. Hab ich gefragt, wie es ihm geht? Nein, aber... Die Tür! Die Tür! Die Schuhe! Das Fenster! Elia, was machst du? Du telefonierst? Ja. Ohne mich um Erlaubnis zu fragen? Nein. Na schön. Musik Das Fenster! Die Schuhe! Die Tür!